UNTERTITELUNG Wir sind menschliche Wesen, jeder einzelne von uns. Das darf nicht so weitergehen. Diese Ungerechtigkeit muss enden. Eine Zunahme an terroristischen Anschlägen zeigt auf, welche Gefahr augmentierte Bürger darstellen. Ich dachte einst, ich könnte die Welt retten. Hilf mir! Jetzt seht sie euch an. Manchmal musst du einfach loslassen und annehmen, was du geworden bist. Sie haben jahrelang aus dem Schatten herausgearbeitet. Die Zukunft gestaltet. Leben manipuliert. Informationen kontrolliert. Unschuldige sind gestorben, während sie ihr Spiel gespielt haben. Wir werden nicht länger tatenlos zusehen. Und es erlauben, wie unsere Rechte aus Angst und Ignoranz beschnitten werden. Ihr hört uns nicht gerne her den Ghettos und behandelt uns nicht wie Aussätzige. Nichts wird uns aufhalten. Die Welt hat sich verändert. Die alten Regeln gelten nicht mehr. So viel Schmerz. So viel Leben. Ihre Dunkelheit muss enden. Dies sollte aber auch dein Kampf sein, Bruder. Das Versprechen eines goldenen Zeitalters ist vorüber. Ich werde es nicht noch einmal geschehen lassen.